Herzlich Willkommen in der Ruhrsiegbahn der Abelio nach Hagen Hauptbahnhof. Nächste Station Siegen-Weidenau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Siegen-Geisweit. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Kreuztal. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Kreuztal-Eichen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Kreuztal-Litschfeld. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Welschen-Ernest. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Kirchhundem. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Lennestadt-Altenhundem. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Lennestadt-Meggen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Lennestadt-Grevenbrück. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Finnentrop. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Plettenberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Verdul. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Altena in Westfalen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Iserlohn-Lettmarte. Dieser Zug wird in Lettmarte mit einem anderen Zugteil vereinigt und fährt nach kurzem Aufenthalt weiter nach Hagen Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, die Türfreigabe erfolgt erst nach Vereinigung der Züge. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Hohenlimburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Hagen Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Für Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Abelio sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.